Ja, hallo, äh, hallo, Freunde der Nacht. Willkommen wieder bei Limbo. Ich spiele einfach mal weiter. Kletter mal hier hoch. Ich glaube, wir mussten da irgendwie schwingen. Ich muss da echt noch kurz weiter runter. Ah, ja, klappt, ja. Klappt ja. Oh, hier, hier. Geht aber jetzt nicht darüber. Ah, ja, genau. Da, 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 da. So, Junge. Oder muss ich mir schwingen? Genau. Alles überlebt? Nee, ist tot. Der Sprung war zu hoch. Der Sprung war zu hoch einfach. Ach, jetzt muss ich das noch mal holen. Und wieder von vorn schwingen. Das ist wieder mal das erste Let's Play, was ich seit, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon kein Let's Play gemacht habe. Das muss ich da oben jetzt mal nicht mehr holen. Äh, ich glaube, ich glaube, das war auch so hoch. Ja, warum springe ich da runter? Das ist so nicht. Aber ich muss jetzt den ganzen Mist doch mal machen. Hm, 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 hm. Leider nicht wie es vor Mario, wo man dann aus 20.000 Kilometer dann springen kann. Ah, wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Und da hoch. Da. Nein. Oh Gott, war das glücklich hoch. Nein. Oh Gott. Alter, was ist denn los hier? Ich bin das erste Mal so gut durchgekommen. Das war auch knapp. So. Hier. Du findst deinen Weg nach unten. Gehen wir mal den längeren Weg. Damit nichts passiert. Aber schon erstaunlich, dass er diesen Baumstumpf so ein bisschen schieben kann. Da ist es egal. Da ist es egal. Dann kommen wir rüber. Da müssen wir, glaube ich, auch irgendwas machen. Wo kommen wir eigentlich zu dran. Nee, das ist ja viel zu hoch. Nee, ich glaube, da müssen wir einfach durch. Ich möchte hoffen, dass wir einfach so durch können. Ich möchte hoffen, dass wir einfach so durch können. Ja. Los. Auf. Komm. Komm. Ja. Ja. Runter. Ja. 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 Ich tego. Mom. Ja. Ich muss vielleicht mal mal versuchen, weniger zu lachen. Weil da geht ja die gesamte Atmosphäre drüber, und das ist auch ein bisschen knapp. Komm. 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 Ja, komm. Genau. Genau, der macht es ja nicht. Komm. Genau, die Spinne für 70 mal. So, jetzt müssen wir nur gesund rüberkommen. Oder sind die Krallen weg. Ja, ich muss es nicht auspisten. Okay, Freunde der Nacht, dann war es das wieder mal. Und wir hören uns, bis dann, tschüss.